Salbutamol ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der sogenannten Beta-2-Sympathomimetika. Sympathomimetika sind Substanzen, die in Stress- und Notfallsituationen zu einer Leistungssteigerung des Körpers führen. Salbutamol ist ein sogenannter Bronchodilatator. Er sorgt dafür, dass sich die Bronchien erweitern und die Atmung erleichtert wird. Dieser Effekt tritt relativ schnell ein. Daher wird Salbutamol gerne zur Notfall- und Akutbehandlung von Atemwegsproblemen eingesetzt. Bekannt ist es unter dem Markennamen Sultanol. Salbutamol ist von der Weltgesundheitsorganisation WHO als ein für die Menschheit unverzichtbares Medikament aufgelistet. Salbutamol entfaltet seine Wirkung an den sogenannten Adrenozeptoren. Das sind Bindungsstellen, die sich vor allem an den Nervenfasern des vegetativen, also des unwillkürlichen Nervensystems befinden. Adrenozeptoren bestehen aus Alpha- und Beta-Rezeptoren inklusive ihrer Untereinheiten und sind unterschiedlich im Körper verteilt. Die im Nebennierenmark produzierten Botenstoffe Adrenalin und Noradrenalin lösen durch das Andocken an Adrenozeptoren eine Aktivitätssteigerung des Organismus aus. Es kommt dabei zu einer sogenannten Fight-or-Flight-Response des Sympathikus, übersetzt Kampf- oder Fluchtreaktion. Hierbei kommt es zu einer Herzfrequenz und Blutdrucksteigerung, Erhöhung der Atemfrequenz, Bronchienerweiterung, reduzierte Verdauungsleistung und vieles mehr. Salbutamol emittiert als Medikament die Wirkung der Botenstoffe Adrenalin und Noradrenalin. Dabei wirkt es vor allem auf Organe, die eine hohe Dichte an Beta-2-Adrenozeptoren aufweisen. Zu den Organen mit hoher Beta-2-Dichte gehören vor allem die Bronchien. Hier bewirkt Salbutamol eine Entspannung bzw. Entkrampfung der glatten Muskulatur, was als Bronchospasmolyse bezeichnet wird. Dies führt zu einer Erweiterung der Bronchien, was wiederum die Atemarbeit des Patienten erleichtert. Darüber hinaus hat Salbutamol auch eine entzündungslindernde Wirkung, was sich positiv auf die Schwellung der Schleimhaut auswirken kann. Als zusätzlichen Faktor unterstützt Salbutamol die Flimmerbewegungen des Flimmer-Epithels der Bronchialschleimhaut. Dies sorgt für eine Verbesserung der mukoziliären Clearance, also der automatischen Reinigungsfunktion der Lunge. Dadurch wird es für die Patienten leichter, ihren Schleim abzuhusten. In der Summe führt das alles dazu, dass viele Patienten bereits nach wenigen Minuten eine Verbesserung ihrer Atemnot-Symptomatik verspüren. In der Regel wird Salbutamol inhalativ verabreicht. Das Medikament wird also vom Patienten eingeatmet. Allerdings werden lediglich zwischen 10 und 20 Prozent direkt über die Lunge aufgenommen, während die restlichen 80 bis 90 Prozent sich im oberen Teil des Atemtraktes und im Mund absetzen und mit der Zeit verschluckt werden. Die Wirkung tritt nach Inhalation innerhalb von Sekunden ein und beträgt ca. 4 Stunden. Damit zählt Salbutamol übrigens zu den kurzwirksamen Beta-2-Sympathomimetika. Die Halbwertszeit beträgt 3 bis 4 Stunden. Ein Großteil des über den Verdauungstrakt aufgenommenen Wirkstoffs wird bereits in der Leber verstoffwechselt. Innerhalb eines Tages werden 50 bis 75 Prozent der aufgenommenen Wirkstoffmenge wieder über die Nieren ausgeschieden. Die Indikation für die Inhalation von Salbutamol im Rettungsdienst ist im Wesentlichen die akute Atemnot mit krankhaften Atemgeräuschen, vor allem bei der Ausatmung. Es ist Mittel der ersten Wahl in der Akutbehandlung eines Asthmaanfalls und der infektexazerbierten COPD eine infektbedingte, auftretende Symptomverschlimmerung der chronisch verengenden Lungenerkrankung. Salbutamol ist auch indiziert zur Behandlung einer schweren Bronchitis. Da es sich bei der akuten Atemnot um ein potenziell lebensbedrohliches Krankheitsbild handelt, was sich unter Umständen schnell verschlechtern kann, gibt es im Notfall keine absoluten Kontraindikationen. Dennoch muss vor der Salbutamolgabe immer eine gründliche Nutzen-Risikoabwägung erfolgen. Seid besonders vorsichtig bei Patienten mit schwerer Herzerkrankung wie zum Beispiel frischer Herzinfarkt, KHK und Kardiomyopathie, Einnahme von digitales Präparaten zur Herzkraftsteigerung, schwerer und unbehandelter Hypertonie, bekannten Aneurysmen, Hyperthyreose, Engwinkelglaukom und schwer kontrollierbaren Diabetes mellitus. Kommen wir nun zur Anwendung. Wie schon erwähnt, werden Beta-2-Sympathomimetika in der Regel inhaliert, sodass sie direkt in die Atemwege gelangen und rasch ihre Wirkung entfalten. Hier hat sich in der praktischen Anwendung die Kombination von Salbutamol und Ipratropiumbromid zur Inhalation bzw. Vernebelung bei Asthma, COPD oder schwerer Bronchitis als sehr vorteilhaft erwiesen. Eine Dosierungsempfehlung, mit der ihr sicherlich nichts falsch macht, ist die Gabe von 2,5 mg Salbutamol plus 0,5 mg Ipratropiumbromid. Orientiert euch zur Sicherheit an euren lokalen Handlungsanweisungen bzw. SOPs. Die Dosierung für Kinder beträgt 0,5 mg pro Lebensjahr, maximal jedoch 2,5 mg per Inhalation. Achtet bitte darauf, dass der Sauerstofffluss im Rahmen der Vernebelung mindestens 6 bis 8 Liter pro Minute beträgt. Nach Applikation des Medikaments und einhergehender klinischer Besserung des Patienten sollte der Sauerstofffluss, falls möglich, wieder heruntertitriert werden. Eine Ziel-Sauerstoffsättigung von 90 bis 92 Prozent ist völlig ausreichend. Bei schwangeren Patientinnen liegt eine strenge Indikationsstellung vor, da der Wirkstoff auf das ungeborene Kind übergehen kann. Zudem kann Salbutamol wehenhemmend wirken. Zu guter Letzt ist bei der Anwendung während des Stillens zu berücksichtigen, dass der Wirkstoff Salbutamol in die Muttermilch übergeht. Zu den häufigsten möglichen unerwünschten Wirkungen gehören Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Tremor, Muskelkrämpfe, Extrasystolen und Tachycardie mit gegebenenfalls einhergehender Sauerstoffminderversorgung des Herzens sowie Reizungen der Mund- und Rachenschleimhaut. Es gibt für Salbutamol in Kombination mit anderen Präparaten einige Wechselwirkungen, die man dringend beachten sollte. Wir listen hier die für den Rettungsdienst relevanten Wechselwirkungen auf. Beta-Rezeptorenblocker wie beispielsweise Metoprolol und Salbutamol schwächen gegenseitig ihre Wirkung ab. Sympathomimetika und Salbutamol hingegen verstärken gegenseitig ihre Wirkung und erhöhen das Risiko für unerwünschte Wirkungen. Dasselbe gilt auch für Methylxantine in Kombination mit Salbutamol, wie zum Beispiel das im Rettungsdienst immer noch verbreitete Theophyllin. Die Kombination von Salbutamol mit Corticoiden und Diuretika können zu einem gefährlich niedrigen Kaliumspiegel im Blut führen. Exemplarisch seien hier die in Ampullarien weit verbreiteten Medikamente Pridnisolon und Furosemit genannt. Außerdem können Monoaminooxidase-Hämmer und trizyklische Antidepressiva die Wirkung von Salbutamol auf das Herz-Kreislauf-System verstärken. Salbutamol darf nicht bei Temperaturen über 25 Grad Celsius gelagert werden. Die Kunststoffampullen können nach dem Öffnen vor Licht geschützt für circa drei Monate aufbewahrt werden.